Hallo Internet, hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar geht es hier um diesen TLS-Trailer. Das ist halt ein Güllefass. Wasser soll wohl auch funktionieren. Ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan mit diesen Streifen hier oben, aber... Okay, das Ding ist auch waschbar übrigens und ist ja auch selten heutzutage. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns den einfach nochmal in Aktion an. Ja, aber ich habe halt noch eine Zugmaschine dazu gefunden, die ist nicht unbedingt perfekt, aber die passt halt so schön. So, übrigens, der Trailer hier ist ein MR-Mod. Die Zugmaschine ist aktuell nicht, aber wie gesagt, ich habe jetzt nichts anderes Passendes zur Hand. So, deswegen muss das mal so funktionieren. Ich fahre mal ein Stück vor und dann... Also man sieht, hier ist beladen, das Ding jetzt nur mit 10.000 Litern. Dann haben wir Rückwahrscheinwerk verbaut. Wir haben Bremslicht verbaut. Wir haben... Wir haben... Genau. Linker sind verbaut. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, wie er sich hier auf dem Feld macht. Wie das Ganze dann hier aussieht. Also ich finde ihn schon... Wow. Nicht schlecht. Ich fange jetzt einfach mal in der Mitte an. In unserem Versuchsfeld. So, auf jeden Fall streut er richtig schön breit. Ja, also mir gefällt er ganz gut. Wenn ich vielleicht nochmal eine passende Zugmaschine finde, als MR, vielleicht habt ihr auch Tipp für mich, wo ich die bekomme, dann werde ich den sicherlich auch mal bei meinem Let's Play einsetzen. So, wir fangen mal bis zum Ende. Und dann gucken wir uns nochmal in die Fahreigenschaften, ob da noch irgendwie was Auffälliges ist. Ich nehme mal aus. Gutes Stück. So, und solche Feldwege eignen sich ja eigentlich immer ganz gut für... Wer hat die Maschine ausgemacht? Für, ähm... Da ist er wieder. Ähm, die Feldwege eignen sich immer ganz gut, finde ich so, um zu schauen, wie laufen die hinterher. Sieht das noch vernünftig und glaubwürdig aus? Und außer, dass man Fahrer hier im Auspuffqualme stickt, hab ich glaube ich nicht zu bemängelt. Aber man sieht hier auch schon, Reifenstaub ist auch dabei, okay. So, keine Runde auf der Straße. Ja, also einfach mal runterladen, ausprobieren. Dazu willkommen ist das gute Stück bei modhoster.de und den Link packe ich wie immer unten unter die Videobeschreibung. Und, ähm, dort findet ihr auch den Link zu meinen anderen Modvorstellungen. Mal einen kleinen Blick von außen dran draufwerfen. Komisch bei dem... Na, egal. Ähm, ja. Wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Ich finde es dann so als Trailer mal eine nette Sache und, ähm, bedanke mich fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns ja auf meinem Kanal YouTube. Macht's gut.